Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Hierophant zu einem neuen Gedankenblitz. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, falsche Propheten oder der Schleier lüftet sich. Ich hatte ja in anderen Gedankenblitzen wiederholt mein Gefühl geäußert, dass die Corolla Burlesque nicht nur den Köpfen sozusagen der Satanisten entspringt, die für Planung und Durchführung dieser ganzen Burlesque verantwortlich zeichnen, sondern dass auch die göttliche Ordnung, die göttliche Quelle, die hellen Kräfte deutlich ihre Finger im Spiel bei dieser ganzen Angelegenheit haben. Und das heutige Thema hat auch damit zu tun, dass die Corolla Burlesque nicht nur zum Schaden der Menschheit ist, sondern eben auch viel Gutes mit sich bringt. Und bevor wir einsteigen in dieses Thema, lasst uns erst einmal kurz miteinander betrachten, was die Bibel zum Thema falsche Propheten sagt. Und wir beginnen mit einem Text aus der Offenbarung des Johannes, wo dieser falsche Prophet und sein Wirken etwas geschildert werden. Im Vers 20 des Kapitels 19 der Offenbarung können wir folgendes lesen. Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also hier lernen wir diesen falschen Propheten kennen, dessen Ende gemäß dem Bibelbericht, den wir gerade gelesen haben, das göttliche Gericht sein wird. Nun, was tut dieser falsche Prophet? Wodurch zeichnet er sich aus? Er führt die Menschen irre. Er verführt die Menschen im Auftrag des wilden Tieres, also des politischen Systems, um die Menschen dazu zu bringen, das Mahlzeichen des wilden Tieres anzunehmen. Und es gibt nicht wenige Kommentatoren, die sagen, dass die Beschimpfung und die damit in Verbindung stehende mögliche CHIP-ung eben dieses Mahlzeichen des wilden Tieres wären. Also die Aufgabe dieses falschen Propheten, das ist ja keine einzelne Person, sondern ein Kollektiv, sozusagen eine Klasse von Menschen, ist es, die Menschen zu verführen, dass sie dem Beschimpfen zustimmen. Und ja, das ist das, was wir heute sehen können, dass ein unglaubliches propagandistisches Trommelfeuer abgefeuert wird, dass die Menschen keine Minute mehr in Ruhe lässt und ihnen permanent in den Sinn hämmert, du musst dich beschimpfen lassen, du musst dich beschimpfen lassen aus Liebe zu deinen Mitmenschen und damit du endlich wieder frei sein kannst. Und ganz viele Protagonisten stimmen in dieses propagandistische Feuer mit ein. Und hier noch ein weiterer Text, der uns hilft, sozusagen diese Klasse des falschen Propheten ein wenig einzugrenzen und zu identifizieren. Wir lesen, was Jesus sagte in Lukas im Kapitel 6 im Vers 26. Hier sagt Jesus, wehe, wenn jedermann gut über euch redet, denn das gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Also Jesus bringt hier eine Verbindung zwischen in der Öffentlichkeit hoch angesehene Menschen und falsche Propheten. Um es in plakativen Worten auszudrücken, je mehr du vom System gelobt wirst, desto mehr Dreck hast du am Stecken. Und die Menschen, die für Wahrheit stehen, das sind definitiv nicht diejenigen, die in diesem System hoch gelobt werden. Vielfach bekommen sie Besuch nachts von dafür angeheuerten, wie sagt die Uralinder, rackern oder aber sie haben einen Verkehrsunfall oder stürzen mit dem Flugzeug ab oder was auch immer. Also Menschen, die die Wahrheit sprechen, die sind nicht hoch angesehen in diesem System, das ja Lüge ist, auf Lüge fußt und durch Lüge erbaut wurde. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ja wer sind dann heute die falschen Propheten und wie kann ich sie erkennen? Und da haben wir jetzt eben dank der Corolla Burlesque ein klein wenig Hilfestellung. Vorausschickend kann ich sagen, dass ich bis vor kurzem einigen Leuten auf YouTube gefolgt bin, die ich immer amüsant, interessant, anregend empfunden habe, die auch in Opposition zum System standen und die auch mit der einen oder anderen Position meiner Ansicht entsprachen. Aber ich musste feststellen und nachdem das bei mir angekommen ist, habe ich diese Leute auch konsequent dann gemieden, dass viele von diesen sogenannten Oppositionellen auch den Weg der Beschimpfung gehen. Und für mich, ich weiß nicht wie ihr es haltet, aber für mich ist das ein deutliches Kriterium. Für mich hat sich mit diesem Punkt der Schleier gelüftet. Diese Menschen können noch so eloquent reden. Sie können noch so recht haben bei verschiedenen Punkten, die sie eben aufführen. Sobald es zum Thema Beschimpfung kommt, egal aus welchem Motiv heraus und sie lassen das mit sich machen, haben sie für mich in meinen Augen an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Das gleiche gilt übrigens auch für, das sind natürlich auch Systemspieler, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber für oppositionelle politische Parteien. Wenn diese anfangen umzusteuern und sich auch dafür aussprechen, dass Kinder beschimpft werden dürfen, was ja jetzt geschehen ist mit einer Partei, die hier im politischen System in der Firma BRD tätig ist, dann hat sich hier auch für mich der Schleier gelüftet. Dann weiß ich, was wirklich gespielt wird. Und für mich ist das eine große Hilfe und eine große Unterstützung in meiner Beurteilung dessen, was im Außen passiert. Und ich möchte euch noch ein kurzes Zitat mit auf den Weg geben, das ich auch sehr anregend in dieser Hinsicht fand. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen aus deinem Leben verschwinden, wenn sie merken, dass sie dich nicht manipulieren können. Also hier wird geschildert, dass sozusagen Menschen weggehen würden aus unserem Leben, weil sie bemerken, dass wir nicht zu manipulieren sind. Aber was jetzt unsere Medienkompetenz betrifft oder unsere Gewohnheiten im Konsumieren von Medien, können wir das natürlich auch umdrehen. Wir können sagen, Menschen werden aus unserem Leben aussortiert, weil wir sie als nicht mehr glaubwürdig erachten. Der Schleier hat sich gelüftet, wir können jetzt klar erkennen. Nachdem also jetzt Generationen von Menschen gerätselt haben, wer könnte der falsche Prophet sein, der in der Offenbarung geschildert wird. Unabhängig davon, wann das Buch wirklich geschrieben wurde. Und für mich ist es ja ein Drehbuch für die dunklen Eliten, an das sie sich halten müssen, wie lange Menschen wirklich schon auf diesen Propheten sehen und ob das, was wir heute sehen, wirklich dem entspricht, was in der Offenbarung geschrieben steht über den falschen Propheten. Also unabhängig davon gibt es viele Menschen, viele Protagonisten, Religionsführer, Führer von Nichtregierungsorganisationen, bekannte Künstler, weniger bekannte Künstler, Journalisten, Menschen, die im Rampenlicht stehen, die also die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit genießen, die vielleicht eine ganze Zeit lang das eine sagen konnten, um das System ein bisschen ruhig zu stellen, dass sie nicht so hart kritisiert werden oder dass sie nicht sofort aus dem Wohlgefallen des Systems plumpsen, dann wieder etwas Oppositionelles gesagt haben, wo wir dann aufhören und denken, oh, das trifft aber sehr gut den Punkt. Und die halt eine ganze Zeit lang hin und her, sozusagen vor dem Wind gekreuzt sind, wie so ein Segelboot, das gegen den Wind segeln muss. Aber wenn es an den Punkt der Beschimpfung kommt, dann müssen sie deutlich Farbe bekennen und dann können wir auch erkennen, auf welcher Seite sie wirklich stehen. Sind sie wirklich in der fundamentalen Opposition und nichts anderes wird uns heute weiterhelfen können? Oder heulen sie mit den Wölfen? Uns ist ein Leben geschenkt? Wir haben alle notwendigen Grundlagen, um ein Leben in Freiheit genießen zu können. Wir können die Täuschung der Täuscher jetzt durchschauen. Die falschen Propheten werden klar als solche identifiziert. Und wir können unablässig nach dem höchsten Lebensziel, das wir als Menschen haben, streben, nämlich nach der Freiheit. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg auf diesem Weg. Lasst es euch also bitte gut gehen und ich würde mich freuen, euch auch für einen weiteren Gedankenblitz wieder auf meinem YouTube-Kanal der Rufant begrüßen zu dürfen. Rufant begrüßen zu dürfen.